Okay, Olli, schön, dass du hier bist. Ich habe eine Frage. Peter Schmeichel oder Manuel Neuer? Peter Schmeichel. Einen Elfmeter halten oder ein Eins-gegen-eins-Gewinn? Ein Elfmeter. Kertemine oder Kopenhagen? Kertemine. Kertemine oder Berlin? Kertemine. Kertemine. Odense-BK oder Hertha? Odense-BK. Warum Odense? Ich habe in Odense gespielt für zwölf Jahre und es ist mein Klub und ich habe eine Liebe für den Klub. Ich war das erste Mal im Stadion, wenn ich vier Jahre zu Odense gesehen habe. Das ist mein Klub. Kertemine oder Odense? Kertemine. Bundesliga oder Premier League? Bundesliga. Weltmeister mit Dänemark oder Meister mit Hertha? Weltmeister mit Dänemark. Aber beide sind geil. Die Nummer eins sein in der Bundesliga oder das Champions-League-Finale spielen? Nummer eins in der Bundesliga. Abstoß vom Boden oder aus der Hand? Vom Boden. Vom Boden oder werfen? Werfen? Throw? Boden. Spielen ohne Handschuhe oder ohne Schuhe? Ohne Handschuhe. Rot-Weiß oder Blau-Weiß? Blau-Weiß. Sehr gut. Englisch oder Deutsch? Englisch. Berge oder Meer? Was ist Meer? Sea? Meer. Skydiving oder Bungee Jumping? Nein. None of them. Niemals? Never? No chance. Keine Chance. Keine Chance. Ich liebe nicht hoch. Das ist nicht für mich. Aber du bist sehr hoch. Ja, ich bin sehr hoch. Aber Skydiving und Bungee Jumping sind zu krank für mich. Nach einem Sieg im Bundesligaspiel. Party im Club oder zu Hause feiern? Zu Hause feiern. Schmörbröt oder Schrippe? Schmörbröt. Was ist das? Schmörbröt. Das ist eine dänische Delikatesse. Du kannst alles machen, aber es ist sehr schön. Und du... Das ist eine... Das ist eine... Nein, das ist... Zu lunch. Du essen zu lunch. Brot mit Fisch oder... Oder Schweinfisch oder... Fahrrad oder Auto? Ähm... Auto. Barzahlen oder mit Karte? Also per Cash? Ah, mit Karte. In Dänemark... Keine Cash. Keine. Kaffee oder Kakao? Kaffee. Hast du schon mal einen Döner gegessen in Berlin? Ja. Ich habe. Welche Soße nimmst du? Kräuter oder Scharf? Herb oder Spicy? Äh... Äh... Speicy. Spicy? Was sagst du? Herb? Herb oder... Herb oder Spicy? Ja, Speicy. Weil im Deutsch was sagst du da? Kräuter ist Herb. Ja. Und Spicy ist Scharf. Scharf. Ja, Scharf. So, und das ist der Name des Kräuter oder Scharf. Ja. Okay. So, wir sind fertig. Danke. Super. Yeah. Ja. 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 Ja.